Wir machen daraus einen Screenshot? Wunderbar! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Model Satisfactory. Was haben wir heute vor? Ja, was haben wir vor? Ich habe gelernt, dass man mit dem Zeug hier deutlich mehr machen kann, als einem das Ganze hier suggeriert. Das ist eigentlich jetzt da oben drin. Ich kann nicht fliegen. Okay, das sieht schon mal gut aus, das funktioniert. Das heißt, das könnte man irgendwann hinten wieder rausleiten, da rein und fertig. Die Möglichkeit haben wir ja. Das heißt, irgendwann, das könnten wir eigentlich ziemlich direkt machen. Fangen einfach damit schon mal an. Also wir machen ein. Logistik. Tio. Ast. Vem war das? Nein. E. 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 Ja, ist erstmal langsam, aber egal. Das Zeug läuft jetzt erstmal hier rein und kann dann hier durchgebastelt werden. E. 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 Dann ist das alles halb so gut, ne. E. 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 Das ist das nicht so ein Problem, wenn der da voll läuft. Das kann man sich not auch noch mal irgendwie so ein bisschen weiter hoch stecken. aber im moment ist das wir haben nämlich großes vor und zwar ich habe gelernt dass man aus dem bisschen zeug hier und aus dem zeug und aus dem zeug wir haben wir drei oder hatten wir vier hier es waren drei aus den drei dingern kann man deutlich mehr rauskriegen das richtig verstanden habe also mir wurde gesagt 30 jetzt weiß ich nur nicht mehr ob die 30 auf der annahme von vier quellen war ich muss meine kommentare da stehen nämlich immer wertvolle informationen drin die ich von euch kriege vielen dank dafür ich nehme auch gerne mehr also da steht pro kühlturm und co2 schornstein sind fünf generatoren erlaubt da habe ich noch quatsch gemacht weil zu wenig gestein und ich soll eine plattform bauen das ist richtig ich hatte schwören können hier stammt doch noch irgendwo was genau bei vier anlagen für bio wasser bei vier anlagen könnte ich bis zu 30 generatoren laufen lassen ok 30 durch vier siebeneinhalb generatoren pro das heißt immer drei mal 7,5 22 in halb also haben ein bisschen überschuss können wir 22 in halb wahrscheinlich bezieht sich das aber wiederum auf den das was man hieraus wieder machen kann den habe ich kenne ich das schon da gab es nämlich noch mal festen bio treibstoff und dann gab es noch mal kompakte biomasse fabrikator fabrikator habe ich dann muss biomasse rein und da muss das zeug rein da ist nämlich könnte ich das noch mal verbessern wäre eine möglichkeit dann könnte man hier vielleicht noch mal ein bisschen anders trennen und irgendwann wird mir der hier auch voll laufen deswegen ist meine idee für heute ich wechsel wild zwischen den beiden sachen und dann fange ich an eine plattform zu bauen ich habe nur noch keine ahnung wo ich diese plattform genau hin baue eigentlich von der fläche her wird sich am besten anbieten irgendwo hin zu machen wo es nicht so viel problem da habe ich pumpen wo nicht so viel höhenunterschiede sind produktion nein das ist unter logistik ich habe schon wenigstens die pumpen das heißt ich kriege das alles noch mal 20 meter höher und die gehen sogar vom preis ok das heißt mein wasser ist nicht das problem da kriege ich ja auch noch jede menge mehr von den dingern rein also ich möchte jetzt auf diese 22 1 halb gehen oder ich habe hier übersehen dass noch eine weitere quelle da ist dann wäre natürlich 30 optimal aber da gucken wir jetzt noch mal okay hier sind nur die drei das ist gut zu wissen das heißt wir können damit arbeiten wo setze ich jetzt am besten die entsprechende anlage hin ich will da hoch lass mich danke könnte ich die die hier hoch ich versuche diesmal tatsächlich mit dem plan ich weiß das ist extrem ungewohnt aber man muss ja sich auch mal weiterentwickeln also mein gedanke wäre wir brauchen dafür ein bisschen was wir bauen jetzt als erstes wir bauen das diesmal rückwärts wir fangen quasi mit dem kram an und dann die generatoren darauf ich habe noch keine ahnung wie man das mit dem wasser also mit den anschlüssen am besten machen kann setze ich das nicht hier oben an oder ich da drüben im bereich wo das ganz gut ist also eigentlich würde ich ja hier anbieten schon mal zu machen weil da kriege ich noch rohstoffe raus hier werde ich auch irgendwo noch was finden dass ich mir dieses gebrochene gestein da also diese blauen diese roten säcke machen kann das wäre glaube ich ganz gut könnte natürlich auch müsste ich jetzt ziemlich viel abholzen hier vorne diese spitze scheint für mich der höchste punkt zu sein und mit scrollen komme ich immer noch nicht dahin wo ich hin will ich möchte da setzen das sieht gut aus und wahrscheinlich komme ich komme ich da nicht hoch nein das heißt ich brauche erstmal eine rampe das ist aber nur ein provisorium diese rampe die brauchen wir gleich wieder ab und jetzt noch mal hier die fünf wir gehen jetzt so etwa hat uns sein das sieht doch eigentlich schon mal ganz nett aus war es hier vorne hin habe ich doch schon ein bisschen was wie sieht das aus wenn ich hier lang gehe so dann kommen wir da wo genau bis hier vor das gefällt mir jetzt gerückt weil dann kann ich nämlich hier ein bisschen tricksen ich kann nämlich hier irgendwie eine rampe hochbauen die höhe ist doof die höhe ist sehr doof das macht aber nichts wir nehmen uns die rampe hier da haben wir anders da hin rampe da hin also haben wir hier unseren aufgang können den da vorne weg machen gleich dann gehen wir da drüben dann haben wir hier bis dahin kommen dann haben wir schon mal noch ein mehr zwei mehr gehabt bis dahin kommen das heißt was fehlen hier 1,2,3 ok ich schmeiß jetzt da drüben erstmal wieder alles raus nur strommasten und so wir machen jetzt hier eine wirklich große plattform lassen die auch in die richtung noch mal weiter gehen und dann können wir uns immer noch entscheiden ich würde vorschlagen auf der seite fangen wir an mit den ganzen kesseln und so und da hinten kommen die generatoren hin was haltet ihr da vor oder ist das zu groß ich brauche auf jeden fall jetzt eine ganze menge ähm was auf erstmal hier in to do liste ähm weltraum liftet immer noch dauern strommasten nehmen wir raus die kommen raus so jetzt machen wir mal fundamente und zwar ich mach mal ich weiß das ist extrem aber das nehmen wir jetzt einfach mit wir gucken jetzt wie viel wir dafür kriegen und ich vermute auch dass wir heute nicht viel mehr schaffen als einfach nur eine blöde plattform zu setzen aber das wird gut und dann machen wir glaube ich von dieser seite auch noch eine rampe hin ähm wir brauchen wir den da wohl ich hätte gesagt drei drei rampen ich habe immer wieder platz um irgendwas zu machen so ich meine das ist das gleiche zeug aber dann haben wir das unabhängig voneinander da drin das scheint gerade ganz gut zu laufen es war vollkommen willkürlich den mitzunehmen aber egal dann fangen wir mit dem beton an in der hoffnung dass wir da hinten schon eine ganze menge haben das da scheint ja auch schon ganz gut zu laufen rechts da das meine ich ähm wenn wir da hinten fertig sind und mit dem strom keinen stress mehr haben fangen wir an hier schön zu machen was haltet ihr davon ich glaube dann können wir auch hingehen das ganze ähm quasi so ineinander übergehen lassen als ähm also dass ich quasi von da hinten meine fabrik aus aufbaue und mehr hier rüber komme und dann vielleicht auch den ding ist hier also den den hab darüber verlege und 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 wenn wir das alles haben ist ja schön gemacht ist dann gehen wir an den weltraum lift man jetzt brauchen wir noch nicht wäre wahrscheinlich auch noch mal clever irgendwann war das nur erstmal so wir brauchen ach guck mal hier das ist ja sortieren eins zwei drei sortieren sortieren fast das war easy Iron Sheets Iron Sheets ist ein Problem da brauchen wir 860 von das Problem ist an der Stelle nicht die Herstellung weil ich meine hier wir brauchen von denen auch so viele 1 2 3 953 1 2 3 4 ja gut das ist knapp das reicht auf jeden fall weil die müssen wir jetzt wieder plattwalzen also machen wir hier mal leer ähm oh Gott da hab ich mir nie Gedanken drüber gemacht dann können wir das auch alles irgendwie mal ein bisschen schneller effizienter und so kriegen äh da da na kommst du her wir haben ein Schick so du machst doch jetzt direkt da 3 draus ist ja super ähm dann gucken wir mal ja ja ähm ich mach das eben fertig bis gleich so wir haben es fast geschafft das war ein Wildersprung oder und wir sind durch okay wir haben sogar noch ein paar mehr das haben wir schon mal jetzt wollte ich einmal nachgucken äh läuft das nochmal ja ähm wie sieht denn das eigentlich aus wenn ich hier Elektroschnecken guck hab ich denn schon die Möglichkeit da kann ich über Takten lernen ich brauche dafür was brauche ich denn dafür die Dinger und ja auf der ja auf der könnte ich mir sogar so erbuddeln das ist also das ist tatsächlich gar kein Problem und da 600 und 1200 ähm kodex öffnen das ist wir gucken wenn ich die davon 600 zusammen kriege irgendwie oder irgendwo habe ähm warte mal das ist das war ein Blei ne Bleed Plates Bleed Plates bap bap so die Schrauben sind nicht das Ding aber dann könnte man das vielleicht auch noch angehen wie komm ich auf die 600 schrauben brauchte ich noch wie komm ich denn bitte auf 600 dann 25 mal 6 das ist alles nur die 600 äh ich nehme trotzdem 1000 mit lass mal auf die machen wir jetzt auch noch eben dann können wir vielleicht das äh wenigstens abschließen äh was kostet mich ein Mamm Mamm kann ich bauen brauche ich nur noch Draht Draht kann ich mir holen sehr gut machen wir auch fertig äh weil dann kann ich das da hinten nachdem ich weil Dreck ist direkt da dann kann ich das nämlich ähm direkt abschließen da geht das oh verdammt ich vergesse immer dass ich das Zeug hier äh so ich brauche das ähm jetzt habe ich gesagt wie viel ähm was brauche ich von Mamm 30 wie sieht es eigentlich mit Kabeln aus ah das ist das voll ist das dauert auch noch ewig ok dann können wir da hinten einen Mamm bauen wir haben da ja auch eine Werkbank äh eine Werkbank ist ein bisschen einfacher ich hänge hier überall fest so das ist wild ähm ich habe gesagt eben hier die die 66 ich brauche 25 aber dann können wir vielleicht auch direkt darüber nachdenken äh Schnecken zu züchten eine noch danke so haben wir das dann buddeln wir uns den Dreck aus können Mamm hinsetzen und weitermachen jo das ist gut Punkt Punkt unterfallen sehr gut äh wir gehen hinten rum warte wenn ich mir das da schon wieder angucke uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui dran vorbei. Da habe ich einen Schlitz. Perfekt. Das wollen wir haben. Das ist unsere Größe, die wir haben wollen. Und dann setzen wir uns Rampen. Das war ein 4. Aber super. So kommen wir hier hoch. Nein, nein. So. Nein. Und. 3. 1. 2. 3. Jetzt müsste da hinten auch schon geschlossen sein. Yep. So, jetzt müssen wir das hier ranziehen. Da ranziehen. Und. Wo kommst du jetzt? So. Jetzt gehen wir hin. Ziehen. Also ich ziehe das jetzt nochmal hier. 10 weiter raus. Dann haben wir wirklich erstmal hier gut Platz. 1. 2. 2. 4. Der eine Baum muss weg. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 15. 16. Und. 17. Das könnte ungefähr hinkommen. Das waren 11. Nochmal 6 dazu. Sollte passen. So. Ich hab gesagt, der Baum muss weg. Dafür brauch ich aber. Treibstoff für meine. Kettensägen. Ich hab Kettensägen Treibstoff. Das ist sehr gut. Gucken, ob ich den von hier oben geschnitten kriege. Das wäre natürlich. Hervorragend. Okay. Scheinbar nicht. Äh. Aber nicht. Ich kann den. Och, geht doch. Dankeschön. Da sind wir ein paar Blätter. Und der Baum muss auch weg. Wie ich sehe. Wäre ja nicht so ein Problem hier. So. Okay. Wir haben den Spaß. Das heißt, ich muss das hier einmal kaputt machen. Die brauche ich eh mal. Wo bist du? Na, da bist du. Ja, ich nehme dich ja mit. Ist ja gut. 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 Ich brauchte da immer ein bisschen mehr, ne? Oh, ich könnte auch mal hier sowas wie Beeren und Nüsse sammeln, auch wenn ich meinen Gottmodus... Habe ich Gottmodus eigentlich noch an? Nee, aber es ist friedlich. Nee, aber es ist friedlich. Eigentlich hätte ich doch gerade... Okay, ich gucke lieber mal. Ähm... Option. Nein. Erweiterte Spieleinstellung. Spieloption. Entschuldigung. Das war mein Fehler, den wollte ich schon längst wieder ausgemacht haben. Das heißt, bei dem Sturz hätte ich mich verletzt. Und die Viecher würden mich wahrscheinlich auch verletzen. Da sind noch mehr Beeren. Die nehmen wir jetzt nochmal mit für Mammforschung. Aber ich meine, davon brauchen wir auch nochmal was. Und irgendwo brauchen wir auch Nüsse. Die hätte ich auch unterwegs gesehen, aber ist nicht so wild. Ähm... Ich mache mir jetzt nochmal hier irgendwo eine Rampe hin. So. Perfekt. Dann sind wir wieder oben. Ähm... Bergbank. Ähm... Der war gut. Er hat zumindest nicht wehgetan. Also ich lasse den also gut zählen. Wehe ihr nicht. Äh... Ich muss ja sagen, die Reichweite von dem... Ding ist echt super. So. Kommen wir hier auch hoch. Weil wir wahrscheinlich auch eine Menge dann bauen dürfen. Würde ich mir... Einerseits einen Mamm nehmen. Und hier hinstellen. Dann kann man nämlich immer sowas machen. Und ich hätte gerne Produktion. Eine Werkbank. Die packen wir da hin. Und ich hätte gerne eine Ausrüstungswerkstatt. Dann haben wir, glaube ich, alles zusammen, was man hier so brauchen könnte. Ähm... Hier drin kann ich mal eben gucken. Jetzt haben wir den Alien-Organismen. Äh... Das soll ich... Oh, brauche ich zehn Stück. Habe ich zwei. Da brauchen wir noch gar nicht dran denken. Äh... Und ist das Alien-Kapsel-DNA? Ist das... Okay, natürlich... Äh... Da brauchen wir... Okay, da brauchen wir auch noch... Pilze. Ähm... Okay. Fixed Farming. Kriege ich... Kriege ich die beiden anderen her? Ist eine gute Frage, oder? Elektroschnecke. So, Elektroschnecken, weiß ich schon mal. Wir brauchen hier... Ähm... Jetzt Jar of Dirt. Das forschen wir jetzt eben. Weil, soweit ich weiß, ist... Da mein... Drecksplatz. Klingt auch nicht sonderlich mit. Aber... Das ist Dirt. Jetzt kommen wir mal eben raus. Die 100 kriegen wir schnell zusammen. Ich bin gleich wieder bei euch. So. Und da haben wir unsere 100 Dreck. Wunderbar. Ähm... Wie... Mache ich mir jetzt eigentlich mal einen vernünftigen Weg hier hoch. Eigentlich. Am besten so. Guck mal. Jetzt habe ich hier einen Weg, wie ich hier hochkommen kann. Perfekt. Wir brauchen... Ähm... Elektroschneckenfroschung. Wir haben Jar of Dirt. Weil dann können wir... Temperaturenmotor... Junge ist hier mal so... Was ist das hier? Was hier ist? Slug Terrarium. Slug Hatchery. Das weiß ich noch... Offiziell noch gar nicht. Ja, mal hin. Ich glaube geschlossen. Okay. Ähm... Dafür brauchen wir... Weed. Und Weizen. Das heißt, wir müssen irgendwas farmen. Jar of Dirt. Davon brauchen wir 200. Gleich wieder da. So. Die 200 haben wir auch fast. Also... Ziemlich genau. Jetzt? Äh... Jetzt interessiert mich... Was ist das hier? Ist das was anderes? Jar of Rockearth. Wo hätte ich wahrscheinlich auch 200? Ähm... Ist... Da drüben ist auch noch was. Ist das das dritte Zeug? Weil das wäre natürlich super, wenn ich das dann auch noch direkt hier hätte. Ähm... Da brauche ich auch noch ein bisschen was von. Was ist das hier? Kohle. So sieht das Kohle so aus. Jetzt halte ich mich anders aus. Egal. Ähm... Was bist du? Okay. Auch Rockearth. Das heißt, hier irgendwo werde ich doch wohl auch diese... Diese dritte noch finden. Hallo? Okay. Äh... Da hängt auch noch eine dran. Also ich suche jetzt mal eben ein bisschen. Äh... Das kann ich ja alles noch nicht scannen. Das ist ein bisschen blöd. War das Soil? Nein, na... Gucken wir mal. So, da vorne ist... Eine Festplatte. Ich meine, die müssen wir nicht erkunden, aber trotzdem... Wenn wir sie schon vor der Nase haben, können wir ja mal gucken. Ähm... Nee. Nee. Ja. Ähm... Da ist das... Okay, die Festplatte ist einfach... Ja. Gehst du auf? Oder lässt du mich in Ruhe? Du lässt mich in Ruhe. Du lässt mich in Ruhe. Was will diese Festplatte von mir? Den Holz will ich nicht aufheben. Reparaturen, er verbindet sich 70 Megawatt. Haben wir gerade nicht. Ja, ist hier der Giftgas. Ja, also ich gehe hier ganz bewusst. Äh, Strahlungslevel? Wieso Strahlungslevel? Wo ist denn hier Strahlung? Ist da wieder so ein Block rum? Okay. Ja, ist gut. Nichts passiert. Also, na, guck mal hier mal ein bisschen rum, ob wir das Zeug noch finden. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Dann können wir das nämlich auch erforschen. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir uns die Slugs mit. Lassen wir dann noch ein bisschen mehr Gelbe finden. Und Rote wahrscheinlich. Die auch züchten können. Und wenn ich hier nicht gerade irgendwo drin rum bugge. Das heißt bei... Jörg. Okay. Jörg will... Ja, wäre auch schön gewesen, hätte ich das andere Zeug hier direkt gefunden. Das ist vielleicht nicht ganz so clever, durch das Giftgas zu gehen. Aber auch nur vielleicht. So. Wo hätten wir denn... Okay. Da hängt ein Klumpen direkt in der Luft. Wie auch immer. Wir müssen auch noch was. Mal hochkommen. Gucken wir locker hoch. Das ist ja gut. Hätten wir ja fast ein bisschen drüber bauen können, wa? Und natürlich wieder so eine Bohne mittendrin. Ähm... Da ist Zeug. Aber... Ich sehe, diese dritte Sorte nicht. Da ist auch was. Ah, das sind solche Bäume. Okay. Ist hier unten irgendwo was? Das sieht auch nicht so aus, ne? Schade. Das wäre noch toll gewesen. Aber wir wissen jetzt schon mal, wir haben das andere Zeug... Zumindest, ähm, Jar of Bock irgendwas, Bock Mist, äh, haben wir auch vor der Nase. Gehen wir jetzt mal hoch. Und äh... Tauschen unsere 200 Gläser ein. Aber da haben wir heute wenigstens... Auch wenn das jetzt erstmal nur eine Plattform ist. Aber wir haben wenigstens sowas geschafft. Sinnvoll ist. Und als nächstes gehen wir dann daran, das Gold aufzubauen. Ich würde gleich noch sagen, wir machen uns eine Liste. Notizen also. Ähm... Exit Farming. Erde. Hier, Piet Soil. Jar of Piet. Und da haben wir halt Bock. Ähm... Forschung. Ähm... Bitte wähle einen neuen Knoten. So. Seed Extractor. Und damit können wir dann... Okay, mit dem Zeug können wir dann weiterarbeiten. Hier drauf. Und hier unten kriegen wir Weizen. Okay, also wir haben eine ganze Menge zu... Wir haben eine ganze Menge zu tun. Das wird noch interessant hier. Ähm... Gut. Das heißt... Ähm... Nee. So. Wir gehen mal eben To-Do-Liste. Also. Wir sind schon öffentlich, ne? Ich meine, es ist vollkommen egal, weil... Ich bin ja kein Offen-Server oder sowas. Hab ja auch gar keinen Server. Ähm... Also, wir wollen als erstes, wollen wir, ähm... Nennen wir es mal Kraftwerk. Bauen, ne? Machen wir mal... Machen wir 22 oder 23 Generatoren. So, wenn wir ein bisschen, äh... Wenn wir das übertakten, können wir ja jetzt. Das heißt, wir können... Wir schreiben mit 23. 23 Generatoren. So. Dann wollen wir... Äh... Die... Äh... Schneckenzucht anfangen. Wollen wir erst die Schneckenzucht anfangen? Ich glaube, es ist sinnvoll, erstes Farming zu machen, ne? Äh... Farming. 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 Ja. Forschen. Farm. Bauen. Schneckenzucht. Bauen. Bauen. Achso. Das wäre jetzt erstmal der Plan. Dann, ähm... Plattform erweitern. Produktionen in ordentlich. So. Die Reihenfolge wollen wir. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das gefällt. Oder ob ihr meint, ich sollte... Keine Ahnung, erst eine Farm bauen und sie dann erforschen. Gibt nicht viel Sinn, ich weiß, aber... Keine Ahnung, erst die Schneckenzucht machen und dann das Farming erforschen, weil... Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum. Ähm... Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, jetzt ist das hoffentlich nicht lesbar oben drin. Sehr schön. Aber dann hätten wir doch schon mal ein bisschen was. Ähm... Elektro-Schnecken. Wir können auf jeden Fall jetzt hiermit übertakten. Das wollte ich nochmal nachgucken. Falsch. Ähm... Dann müsste ich nämlich jetzt auch die Möglichkeit haben, irgendwo zu untertakten. Ja, ich kann hier unten jetzt was einstellen. Ich meine, irgendwo hätte ich gesehen, dass ich... 65 pro Minute... Wie viel kommt hier raus? Du machst... 15,15. Aber hier kann ich nichts trakten. Okay. Die können sowas nicht. Verstehe. Aber damit... Haben wir auf jeden Fall schon mal was geschafft. Wir brauchen mehr Material, um das hier rauszukriegen. Ähm... Das heißt, meine Kommentare hatten mal wieder recht. Okay. Und dann würden wir die auch direkt umstellen auf den anderen Kram. Das heißt, wir können das hier noch ein bisschen effizienter nutzen, wahrscheinlich. Sehr gut. Das wird eine interessante Umbauaktion. Also. Ernst, der Spaß hat jetzt erst begonnen. Wir machen uns mal... Nicht mehr... So. Da ist der Spaß. Okay. Die Kosten gehen sogar. Wir brauchen viele von den einen Dingen, aber... Nee, wir haben jetzt auch nicht so wild zu bauen. Da müssen wir nur gucken, dass wir... Ja, vielleicht noch ein bisschen... Wir kriegen das hin. Ähm... Vielleicht mal abzwacken. Ich wollte gerade irgendetwas suchen. Organisation ist das. Mist. Fiddlesticks, wie manche sagen würden. Ähm... Bei dir kommt man doch oben drauf. Du hast eine Leiter. Sehr gut. Das heißt, ich gehe da rüber. Kann man sich da drauf stellen? Ja, kann man. So. Wir gehen da in die Ecke. Dann kann man die Plattform erahnen. Wir machen daraus einen Screenshot. Wunderbar. Ich sag mal... Das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen. Großartig. Äh... Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit... Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.